Es gibt so Standardprodukte, gerade bei DM, die kriegen nicht so viel Aufmerksamkeit. Durch das, dass DM anfängt, bei den Balea-Produkten das Mikroplastik wegzulassen, werden die natürlich auf einmal wieder für mich interessant. Ich stelle euch heute das Balea-Med-Waschgel vor und wie ich so finde, sage ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich beschäftige mich mit Hautpflege, mit reizfreier Hautpflege und da stelle ich euch heute natürlich ein Produkt vor, was unbeduftet ist. Also bei mir können Produkte auch beduftet sein, minimals beduftet nach Möglichkeiten, also es gibt deklarationspflichtige Duftstoffe. Ich habe da mal ein Video dazu gemacht, das würde ich dir am liebsten mal unter das I legen und da spreche ich nämlich über die Duftstoffe. Das sind sehr reizende Duftstoffe, die Allergien auslösen und ich habe damals die Erfahrung gemacht, wo ich halt wirklich umgestellt habe, es ist jetzt auch schon über ein Jahr her, dass man an der Haut das komplett nur gut getan hat. Leider ist es nun mal so, dass die Mehrheit auf Düfte anspringt, sprich die Nachfrage macht das Angebot irgendwo auch und so gibt es nicht unwahrscheinlich viel in der Drogerie, weil wir halt eben auf Düfte anspringen und halt eben meinen, dass Produkte nach etwas riechen müssen. Und das ist eben falsch. Du tust deiner Haut keinen Gefallen, wenn du ein Waschgel aufs Gesicht packst, was beduftet ist, wenn du ein Gesichtswasser aufs Gesicht packst, was beduftet ist, eine Creme, dies, das und jenes und das halt zweimal am Tag ist halt nicht so toll. Und so entstehen halt eben auch Allergien. Guck auf jeden Fall mal in das Video rein, das ist ganz interessant. Und die Suche nach Produkten, die eben unbeduftet sind, vegan sind, tierversuchsfrei sind und ohne Mikroplastik, das ist gar nicht so einfach, das kann ich euch sagen. Ich habe, als ich das Produkt zum ersten Mal gekauft habe, also C2-Packung, habe ich schon gleich den Fehler gemacht. Ich bin davon ausgegangen, DM macht es im Moment so, dass sie ihre Produkte langsam umstellen, sprich, dieses Siegel hier, dieses kleine, bedeutet, dass dieses Produkt hier kein Mikroplastik enthält. Und das Waschgel war halt echt noch übrig, zu dem Zeitpunkt, als ich es zum ersten Mal gekauft habe und war leider eben mit Mikroplastik. Und das muss das Produkt einfach nicht haben. Der Inhaltsstoff ist meistens dazu da, um die Konsistenz etwas schöner zu machen. Jetzt ist die Konsistenz auch ein bisschen flüssiger, was es aber keinen Abbruch macht. Ich werde euch jetzt mal die Inhaltsstoffe einblenden, nebst den Preis, 2,95 Euro, ist natürlich für ein Balea-Produkt ein bisschen mehr, aber es ist einfach großartig. Jemand, der sehr trockene Haut hat, kommt auch mit dem Produkt klar. Nur habe ich die Erfahrung gemacht, schäumende Sachen, Waschgels, trocknen immer noch einen Tacken mehr aus, als jetzt beispielsweise ein Baum oder ein Öl, damit erreicht man als Hauttyp, so als trockener Hauttyp, erreicht man viel, 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 viel mehr. Ich feuchte meine Haut morgens an, gebe ein bisschen Wasch, gehe auf meine Hände, schaum das kurz auf und dann wird es einmassiert und nach kurzer Zeit mit warmem Wasser schlicht und ergreifend runtergespült. Es gibt nichts Simpleres. Und gerade morgens, deswegen ist das so ein Morgensprodukt bei mir, abends, wenn ich jetzt wirklich zu faul bin, irgendwie was Aufwendigeres zu machen, meistens morgens, wie gesagt, da muss es schnell gehen, wenn du wirklich Reaktionen im Gesicht aufweißt und noch nicht genau weißt, woher das kommt, weil es gibt immer noch Menschen, es gibt genug Nachfrage da draußen, deswegen gibt es auch Regale voller Produkte, die einfach viel zu stark beduftet sind, wo Alkohol etc. mit drin ist, hängt mit der Nachfrage zusammen. Wenn du selbst Reaktionen auf deine Haut hast und nicht hundertprozentig weiß, woher das kommt, probiere wirklich mal so ein Produkt aus und schau mal im Nachhinein, was das dir bringt, weil das kriegt man jederzeit überall her, jede Stadt hat ein DM und für 2,95 Euro hast du wirklich nicht viel kaputt gemacht. Wenn man die ganze Geschichte rausdrückt, hat das Waschkehl eine recht stabile Konsistenz und stellt auch kein Problem da, wenn man es rausdrückt, dass das irgendwie irgendwo hinfließen würde oder so. Es gibt ja immer so Produkte, die einen Ticken zu flüssig sind oder einen Ticken zu rutschig sind. Auch das habe ich schon mal alles ausprobiert und ich bin echt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so dankbar, das DM hergeht und eben aus der Eigenmarke das Mikroplastik rauslässt. Und ich möchte euch hier an der Stelle auch noch mal so ein bisschen wachrütteln. Ihr braucht keine Produkte verwenden, die Mikroplastik enthalten. Wenn die Hersteller merken, dass die Nachfrage nicht mehr besteht, dann reagieren sie von ganz alleine. Und wenn dieses Symbol hier so ein kleines Markenzeichen wird, so ein kleines Werbezeichen, wo Leute einfach darauf anspringen und diese Sachen eher kaufen, wäre das halt für unsere Umwelt eine große Sache. Kann man an der Stelle schon sagen. Denn Mikroplastik hat nichts in unserer Kosmetik zu tun. Das zeigt dieses Produkt jetzt auch. Also es ist zwar nur eine Eigenmarke und ich würde mir unwahrscheinlich wünschen, dass es einfach die großen Marken auch endlich mal angehen würden. Aber da möchte ich dich wirklich noch mal dazu bringen, dass du da wirklich ein bisschen näher hinguckst bei deinen Produkten, wenn du was kaufst. Denn gerade bei den Eigenmarken wie Rossmann oder von DM eben die Balea-Reihe, die sind eher zu weit, dass sie so langsam fast alle Produkte eben ohne diesen unnötigen Inhaltsstoff in die Läden bringen. Ich habe eine Mischhaut, habe aber auch festgestellt, als ich über ein Jahr umgestellt habe, dass ich durch das Umstellen viel weniger fettige Haut habe. Ich habe eher jetzt auch so trockene Zonen in meiner Haut, in meinem Gesicht, also gerade hier in dem Bereich. Nase ist oftmals schon auch noch recht glänzig, aber das passt. Denn Duftstoffe triggern eben auch, dass das, wenn du fettige Haut hast, kannst du durch Duftstoffe noch fettigere Haut bekommen. Und da bin ich ganz froh, dass ich da eben umgestellt habe nach Leuten wie Leon oder der Schenya gegangen und jetzt eben auch so ein Produkt an der Hand habe, gerade von Balea, was ich jederzeit einfach kaufen kann. Wie gesagt, ist schon die zweite Packung, sagt schon unwahrscheinlich viel aus. Bei der ersten war es bei mir so, da hat mir das Herz wirklich wehgetan, weil da war halt eben noch Mikroplastik drin, das Produkt an sich war gut, aber ja, ich habe hin und her überlegt, tue ich es jetzt weg oder was mache ich damit, weil wenn man so ein Produkt bei dm wieder abgibt sozusagen, bedeutet das nicht notgedrungen, dass das wieder ins Regal gestellt wird, solche Produkte werden weggeworfen. Also, so eigene Fehler, wenn ich eigene Fehler mache, die büße ich dann immer schon selber, muss ich an der Stelle schon auch sagen. Aber jetzt, wie gesagt, mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, als ich dann auf der Homepage auf einmal gesehen habe, so neu ohne Mikroplastik, ich habe mich unwahrscheinlich gefreut. Denn diese Faktoren, vegan, ohne Duftstoffe oder mild parfümiert, ohne Mikroplastik, es wird häufig, findet man das echt nicht so einfach. Und mit Isana und Balea, die jetzt einfach alle langsam umstellen, bin ich echt unwahrscheinlich glücklich, denn die Produkte sind gar nicht schlecht. Und man bekommt sie von einem kleinen Preis jederzeit einfach in jedem DM. Das ist eine tolle Sache. Und kennst du das Produkt? Hast du andere Erfahrungen mit dem Produkt gemacht? Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir in den Kommentaren ein bisschen diskutieren darüber. Also, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, ist es wirklich wichtig für den Zuschauer, damit der sieht, oh, ist nicht alles Gold, was glänzt. Also ab in die Kommentare. Ich würde mich freuen und meine Zuschauer fühlen sich auch freuen, wenn du deine Erfahrungen mit uns teilst. Ich melde mich an der Stelle ab. Danke, ich bin dir fürs Einschalten. Schreib unbedingt unten in die Kommentare deine Erfahrungen mit dem Produkt. Ich würde mich freuen. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.